Er zeigt mit den Wipperschlössern einen Weg bei dir, dass man dann sieht, dass es nicht eine Rutscharbeit nur zum Verachterfliegen und Schüler hinterherzutreten ist, sondern dass er auch noch mehr versteht. Bis jetzt, ich will noch mal herzlichen Dank, Kluz. Der war ja Kluz zum Start mit nach vorne. Er wusste sich jetzt wieder hinter die Abbrechung. Aber ja, der ist mit dem Rohr, der so sieht er. Und meiner Meinung nach, ist das los? Ja, und er hat Lauer gebooten, jetzt ist er ganz Lauer. Nein, aber das war natürlich noch nicht das, was er zeigen sollte. Ja, das stimmt. Das hat mich super drauf, oder? Ja, ich habe den Bereich gerüttet mit dem Absorgen-Kamera-System. Und ich werde hier die Befahre bewegen mit dem Bereich der Absorgen. Der Absorgen ist in der Hälfte die Beziehung geeignet. Das sind die Verhandlungen, da kann man das so eigentlich abstimmen, dass sie die Beziehung mit der Befahre befreit hat. Ihr seht, die Befahre hält sich immer wieder. Nachher kommt noch was, das kann man sagen. dass das nicht die Beziehung der Beziehung. Es ist ja immer so ein Vorteil, dass es sich in der Mitte der Beziehung viele fehlt, wo es ist, wo es gerade ist? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, wie gesagt, ah, dieser Hütter ist ja nicht gut, dass man sich jetzt hier, aber ich glaube, dass man sich jetzt nicht mehr weiß, dass man sich nicht mehr weiß, aber ich glaube, dass man sich nicht mehr weiß, dass man sich nicht mehr weiß, oder sich nicht mehr weiß. Ja, aber realizingst du nicht mehr, comes... Auf geht's gut. Das macht das Leben, die wir. Also starten das ... .. und du musst, du musst. Und du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst die erste ... Lass dir das Leben auf geht's, du musst dich. Du musst dich gut. Dann, dann. . Aber das ist schon gut. Ja, aber wusste man, dass er noch lange, dass wir jetzt kommen, oder? Ja, das ist schon immer ein guter Ding, aber das ist schon gut. So, meine Damen und Herren, mit der Tür Erkopf und bei der Tür Erkopf. Und bei der Tür Erkopf ist ein sehr gernees Ding von Röden. Na, herzlichen Glück. Dort auf die Bibliothek zu stehen, also wir werden noch ein paar Fragen, hier in diesem Recesser und die Leute, erfahrt ihr da oben! Das war euer Applaus mit der Tür Erkopf.